So, hier geht es jetzt von den Wohnbereichen von Club Magic Life Kalawi raus. Hier ist dann einmal der Steg. Wenn ihr diesen Steg hier entlang lauft und vorne dann an der Tauchstation seid, da ist es so, da kann geschnorchelt getaucht werden, da kommt echt jeder hier total auf seine Kosten. Das ist wirklich ganz, ganz toll. Und wenn ihr hier rum geht, hier unten ist dann der Strandabschnitt von Magic Life, wo auch Liegen sind, Schirmchen sind, ganz, ganz toll. Und es ist direkt unterhalb von der Poolanlage. Die habt ihr hier, die Poolanlage, hier hinten im Hintergrund. Und davor habt ihr direkt den Strandabschnitt. Wirklich traumhaft schön, ob man einen Tag am Strand genießen möchte, tauchen oder schnorcheln möchte. Also der Magic Life ist wirklich hier, der ist für jeden was. Also ob wirklich für Familien, für Aktivurlauber, einfach nur genial. Wenn ihr mehr Informationen zu dem Club Magic Life haben möchtet, könnt ihr gerne bei uns im Reisebüro vorbeischauen oder uns eine E-Mail auf info-at-feller.de schicken. Dann können wir euch ein persönliches Angebot hier zum Club Magic Life erstellen. Danke. 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 Danke.